Schönes Programm. Ari zählt nicht, oder? Okay. Dann Paolo Dybala. Ich gehe Wolfsburg-Belgier mit Kun oder Astais. Egal. Ich weiß nicht, ob es rechzig ist, aber Niklas Bentner, hat er Pokalsieger? Weil er hat in Juventus gespielt. Hat er im Pokal? Ja. Ja? Ja. Stark. Das ist wirklich stark. Danke, danke. Wer hat aktuell von uns sehr reagiert? Joachim Müller. Ja? Ja. Gut, Mann. Dann muss ich… Boah, Jakob. Jürich. Jürich. Ja, okay. Dann sage ich Max Große. Wo war Mourinho überall Trainer? Ja, genau. Der Eden Hazard gehabt bei Chelsea? Ja. War die Bräune in Wolfsburg? Ja, die Bräune. Ja. Ja. Ja, ich nehme unten Max Arnold eine Sonnencine. Ah ja, genau. Was haben wir deutsche Mourinho? Sami Khedira. Wo war der? Ja, okay. Ja. Ja, ja. André Schürer. Dann haben wir noch Ballack. Michael Ballack. Na ja, okay. Das ist… Ich bin noch jung. Okay. Okay. Darf jetzt ich anfangen? Cool. Serie A Spieler und Trainer ist Biolo. Rain Rooney, Engländer, MLS. Wolfsburg, Spieler und Trainer Niko Kovac. Steven Gerrard. Mit Ronaldo gespielt und Engländer. Der war vor zwei Jahren Lugshow. MLS Wolfsburg. Die alte Zeit von Ronaldo weiß ich gar nicht mehr, bevor da 2000 irgendwas war. MLS Wolfsburg, MLS Wolfsburg. Weißt du? Also ich glaube, Scheffi hat MLS gespielt, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass er zwei Jahre in Amerika war. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich gehe weg von Wolfsburg und MLS und sage Serie A und MLS. Und dann sage ich David Becker in AC Milan und wo war? LA Galaxy. Ja. Ja, ich riskiere und sage Marcel Schäfer. Nein, das ist in der 2. Liga. Okay. Kannst du einen Hint für mich? Wenn ich das sage, das ist obviös. Okay. Dann sage ich. Sag nur, ob er noch aktiv spielt. Er ist schon aktiv. Ja? Sehr aktiv. Aber er spielt nicht in Wolfsburg jetzt. Das ist zu viel. Ja. Oder was? Haben wir einen Spieler hier in Wolfsburg? Ich habe MLS. Paavo. I don't know. Aber er hat nicht in MLS gespielt. Ja? Echt? Echt? Also spielt er noch aktiv jetzt für Wolfsburg? Ja. Wer ist wert? Deine Schwangerschaft. Ja, aber wer hat gleich gespielt? Ich. Lass mich kurz überlegen. Moritz, nein. Vielleicht habe ich eine Antwort dafür. Ach so. KP. Oh mein Gott. Super. Oh wow. Ej, ej, ej. Oh mein Gott. KP. Last one. So Felix Maggert und Fulham ist? Someone who played under Maggert. In Fulham. And played in Fulham. But played in Fulham. Okay. Okay. Dann... Dann... Felix Maggert. Ja, ja. Natürlich. Dann, ja, das weiß ich, weil ein Dänse-Spieler in Fulham gespielt hat. Und das ist William Christ und Felix Maggert war Trainer. Der, der zweite Bundesliga und Wolfsburg spielt hat. Ich sage mal Fulham, Wolfsburg, Moritz. Dann sage ich Kylian Fischer, zweite Bundesliga und Wolfsburg. Deutscher, deutscher Meister, Marcel. Deutsche Meister, Felix Maggert, äh, Grafit. Maggert war da nicht verheerter. Aber das war erste Bundesliga, oder? Ja. Aber das sind ja jetzt zweite Bundesliga. Oh. So. Ah, ja. Das ist ja nicht gleichzeitig. Ah, ja. Wer spielt jetzt noch denn, was man kennt? Ich glaube, er ist in der Bundesliga dabei, aber dieser, wie heißt das, dieser Dormann? Christensen, der Dormann? Ist das ein Deutscher? Ich, aber er wechselt zu Fulham Zine und hat nicht die zweite Bundesliga gespielt, glaube ich. Er hat vorher zu Fulham Zine geändert. Oh, lieber Christensen. Ja. Ist dein Lanzmann, oder? Ja. Ja, gut. Und er hat zwei Spieler gewonnen. In der zweiten Bundesliga? Ja. Wow, okay. Dass ich den weiß, ist halt eine Frechheit. Dann sage ich Deutsche, zweite Bundesliga. Hamburg, Glatzl, Glatzl, Glatzl. Deutscher, ja? Wolfsburg Deutscher Meister, da sind wir wieder bei der Meistermannschaft. Aritzelt nicht, oder? Dann sage ich nur Dormann, oder? Wer? Dormann? Dormann war Bernalio, ja, oder? Ah. Ja. Ich habe das die ganze Zeit auf Deutsch überlegt. Stimmt, ja. Wieder ein Unentschieden, oder? Ich starte, oder? Ja. Ich bin jetzt links Sieger beim Wolfsburg. Ja, KDP. Dann sage ich Hakan Cialanoglu. Inter und AC Mailand. AC Mailand, Europameister Hernandez. War da dabei? Also, das ist falsch. Falsch, ja. Okay. Dann Champions League Sieger und Inter Mailand. Wesley Schneider. Premier League und Inter Mailand. Marco Arnautovic. Kann ich Sandro Tonali sagen? Er spielt jetzt in Newcastle, aber hat in Mailand gespielt. War der für den Kader? Ja. Nicht? Nee. Was? Verletzt, oder? Zu jung. Nee. War nicht im Kader? Puh. Ja, dann sage ich Gigi Donnarumma. Oh, ja. Ja. Damit hast du zusammen gewonnen. Ganz ruhig, ja. Was haben wir? Wolfsburg, AC Mailand? Ja, ja. Rodriguez. Rodriguez. Oh, ja. Ricci. Ähm, Astan. Oh, ja. Ah, ja. Okay. Ah, geil. Angelder. Ich hatte vielen Rögel terminella.